Mein zweites Thema heute ist das Thema Entscheidungen treffen. Tja, kennst du Menschen, die sich unheimlich schwer tun, damit Entscheidungen zu treffen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, wenn ich das so mache, dann habe ich die Konsequenz, wenn ich das so mache, dann habe ich die Konsequenz. Kennst du Menschen, die sagen, hach, mit Entscheidungen tue ich mich schwer? Ich habe Verständnis dafür, denn Entscheidungen zu treffen ist am Ende ja nichts anderes als ein Preisevergleich. Sich zu entscheiden für etwas, heißt automatisch, sich zu entscheiden gegen etwas. Der Begriff dezedere, sich trennen von. Und in dem Moment, wo ich mich für etwas entscheide, habe ich den Preis für das vermeintlich zweitschlechteste bezahlt. Und umgekehrt genauso. Ich möchte dir sagen, wenn du eine Entscheidung triffst, triffst sie 100%. Jetzt ja 100%. Denn diese ganzen Kompromisse, 60% Ja zu sagen, bedeutete ja, 40% Nein zu sagen, führen am Ende zu nichts. Denn wenn ich eine Entscheidung nur zu 60% mit Ja, aber zu 40% mit Nein getroffen habe, dann sind die Zweifel immer Verräter. Weil ich es nicht 100% mache, kann ich auch kein 100%-Ergebnis erwarten. Immer vorausgesetzt, es gäbe diese 100%. Also mit anderen Worten, wer sich entscheidet, sich nicht zu entscheiden, hat sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Und sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung. Die ist legitim, wenn ich sie bewusst treffe. Menschen, die nicht entscheiden, weil nicht entscheiden ein Konzept ist, die neigen dazu, im Stuck State zu bleiben. Die neigen dazu, in der Starre zu verharren und am Ende Opfer zu sein. Wie kommst du jetzt raus aus der Nummer? Ich möchte dir folgenden Gedanken anbieten. Wer will schon sagen, was richtig oder falsch ist? Wie wäre es, wenn du stattdessen Begriffe wie hilfreich und nützlich oder weniger hilfreich und weniger nützlich ansetzt? Nämlich hilfreich und nützlich im Sinne des gewünschten Ergebnisses. Oder eben weniger hilfreich und weniger nützlich im Sinne des gewünschten Ergebnisses. Richtig und falsch streichen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Streiche 100%. Denn wer will schon sagen, was 100% ist? Denn wenn es 100% gäbe, wäre das ja perfekt. Nur Perfektion schafft Aggression. Also manchmal hilft es, sich zu entspannen und jetzt kommt es. Zwar mit einer 100%igen Haltung und Einstellung da reinzugehen, nur zu erwarten, dass es 90%, 85%, 80% des erwarteten Ergebnisses sein wird. Wenn ich also weiß, dass es 100% in Anführungsstrichen gar nicht gibt, dann kann ich was tun. Und ich kann mir die Erlaubnis geben, mutig zu entscheiden. Denn 80%, 85%, 90% sind okay. Dann, wenn du die Diskussion hast zwischen Bauch und Kopf, das kennst du vielleicht. Der Bauch rät ja, der Kopf sagt nein. Oder der Bauch rät nein. Der Kopf sagt ja. Dann finde für dich raus, was ist am Ende die stärkere, lautere Stimme. Ist es eher der Kopf, der dir Recht gibt? Oder der Bauch, der dir in Anführungsstrichen Recht gibt, im Sinne von Hilfreichung nützlich, was das Ergebnis angeht. Da ist ja jeder von uns so ein bisschen anders. Ich möchte dir sagen, umso älter ich werde, desto mehr neige ich darauf, desto mehr neige ich dazu, auf meinen Bauch zu hören. Also könnte eine gute Idee sein, hör auf deinen Bauch, hör auf dein Herz, doch nimm deinen Kopf mit. Also sei strukturiert, sei abgewogen, doch wisse, dass die Entscheidungen, die Menschen treffen, zuvorderst emotional gesteuerte Entscheidungen sind. Was kannst du jetzt machen, um dich mit Entscheidungen leichter zu tun? Also beherzt entscheiden, erstens, zweitens, dich von richtig und falsch verabschieden, stattdessen hilfreich und nützlich setzen. Drittens, 100% ausschließen, wissen, dass 80, 90% reichen. Möglicherweise, um es dir bewusst zu machen, kann es eine gute Idee sein, dir am Ende des Tages mal aufzuschreiben, welche Entscheidungen du heute getroffen hast und dir auch zu überlegen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Denn wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es aufschreibst, dann wird es dir bewusst. Wenn du es aufschreibst, dann passiert so etwas wie, du denkst dich zur Klarheit. Und gleichzeitig hast du eine Grundlage dafür geschaffen, auch morgen noch zu wissen, wie die Entscheidungen gestern zustande gekommen sind. Wenn wir die Anzahl unserer Entscheidungen während des Tages zählen würden, dann kämen wir schnell auf über 2.000, 2.500, 3.000 Mini-Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Wenn das so ist und auch für dich stimmt, ich gehe davon aus, steh auf und entscheide beherzt. Vielen Dank.